ich vergesse nur noch eine Uhr so auf die Uhr zu gucken nicht so gut er hat mich erhält ich muss bei ihm sein ich war nicht dumm war gelogen dass man ich bin nicht dumm hat war gelogen können und das kommt auf die Praxis in Ordnung er hat er so wie er mich hat mit vorhin hatten kurz auf dem Weg nach dem Weg so als auch geblendet habe aber ich weiß nicht welche folge also ich einfach mal entweder bis zur nächsten folge oder dann halt geht es nicht weiter okay leute hier geht es weiter und ich habe jetzt einen anderen mod installiert und man sieht auch ich habe weniger fps und ich würde mal eben so ok und mich effektiv nicht die Garten Orta B nur grüßchen muss es so dass man sich in der Pernkirche betreten kann bitte in der Pernkirche an die Teleportierung die die doch hast du eine nö zum Ausflug ich habe nur gehört dass man es mit innen kann der übergehen kann von Leinen der Kindergüter hat ich mache mal so hundert Dixen Scheiße, die importieren mit Endappellet funktioniert das Teleportieren mit Endappellet funktioniert nicht Nacht und Regen und was was cool ist ich habe 13 Leuchttemberg auch bekannt als Gelustung Uau die Stich und der Box sagt und 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 was macht er damit können wir uns immer noch zu finden Joachim Wolle ist Dorn oder um und du wolltest doch und nutzen das Dombrich Storbrich und dann Storbrich das ist Verbrauchen eine Menge Kohle ein paar mehr Eisen Prozent von nächstes die Opfer macht Stützmann nur in der Kohle und ich nehme mal aber man wollen 3 3 3 und ich habe sofort Eis gefunden gleich als ich die nächsten Wand zerstört aber wie und so vorfahren bei uns hören aber so bleibt für den meisten ich werde meinen oder von der hier oben anbauen als er von der Sitzung dort 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 ist das nächste Blüten Röse nach okay um mein Glück wird jetzt ein bisschen flüssiger als nach Optifine und wir gehen los Neu- und Ortenfall eingebaut wird sich der Eintracht aber ich sollte das ist sehr sicher was eigentlich auch dass ich auch noch kohle abne Lohen nun bleibt bis zu den Kabel wieder auf oder wie so bleibt er nicht in die in und ich würde ausnehmen ich habe extra angenommen wir könnten auch mehr machen da er seitdem alles ist aber ich habe noch muss da rein so hast du für mich etwa hier ausgebaut zum Tisch das sind immer noch ich gehe uns in der Form wir haben auch noch genug Kabel ja genau ja weiß ich nicht mehr sie noch dabei gehabt und weißt du wir haben auch ein paar Goldnuggets ja und wir brauchen immer noch Neverwarten so jetzt haben wir hier noch was soll ich mit den Goldnuggets machen nachher gut dann brauchen wir endlich mal eine Eisenrüstung nur damit etwas Eisen weg geht und ich brauche derzeit mal ein paar Eisenwerkzeuge die Nürngröße so jetzt haben wir noch 17 Eisen davon über von 41 hier ja ich habe ich habe wenn ich wir haben WTF was was muss ich bis ein Eisenwerkzeug ja jetzt haben wir nur noch ein Stack auch wenn nur noch unterschrieben ist Potsdam hätten könnten mehr haben hätten könnten mehr jetzt willst du auch mehr oder was mehr mehr aufzuhören Sturm von dritten Dorn haben wir auch von den Sturm von jenen was was ist das uns im riesigen Schacht bauen Romero nein wir haben auch ein Schacht wir wollen es um die sieben Schacht und wurden perfekt Schachthausen da ist es wieder auf die Schachthausen ja es sind die zwei Eisenspitzhacken mit, jeweils 2 Schaufeln und noch ein paar Eisenspitzhacken, damit wir auch die mal loswerden ähm und dann geht's los Ich bin zwar Noten in der Mine drin, aber egal Ja, was was fick dich und was fick dich und fick dich und fick dich, hab ich schon gesagt, dass das nicht fick dich ist Nimm die Ause noch auf, noch voll grün Nimm die Ause noch auf, noch voll grün Gründen noch ein bisschen essen mit und hast du nicht gesehen, man kann und ich hätte nicht so was von Köpfen Ruhr-Schweine-Fleisch können aber ich habe hier und ich habe noch ein kleines kaputtes Steinwerker annehmen soll und ich brauche nur einen auch hier und ich merke, gerade noch etwas über Brunnen und ich brauche und was zu essen, was ich stapeln kann Prozent die Zolle haben unsere Tür ein die Zolle haben unsere Tür ein das Kortenverhalten Ja, und das Kind Lüttel und das war aus Prozent die Abba Bambam Abba Bambam und ich habe auch ein Bild um die Tüte ist wichtig den Nachmittels er wird auf dem Anruf ich in zwei Bildungen Naja, alle guten Dinge betreiben. Deine Fackeln. Ich mach immer ein paar Fackeln hin. Okay, komm, lass mal unsere riesige, fette, irgendwas Stone Farm. Wow! Na, ich hab schon wieder was vergessen, und zwar Dreck. Ne, wohl eher Holz. Dreck? Oh, na, kann man zusammen nutzen, oder? Und jetzt gehen wir irgendwo nach Stonehausen und so und und so. Nein, wir bauen Stone Farm direkt hier hin. Hä, das ist doch genauso wie da, wir gleich unten mit unserer Mine drin. Penner. Was geht denn so tun? Oh, raus. Irgendwo auf dem See. Was haben wir sonst genug? Richtung Dschungel da hinten. Und dann Dschungel zum Andernischen. Das immer so in der Wüste. Du hast doch gesagt, auf dem See. Du hast doch gesagt, auf dem See. Du musst mir helfen. Los. Du musst mir helfen. Los. Hier hin? Hier. Okay. Hey, da ist ein Grund. Ja, warum? Ja, jetzt lassen wir den riesigen Kreisbauern aus, äh, sowohl er und vier. Mach ihn mal am besten 20 mal 20 so. Deshalb? Ha, oke. Hä, sowieso viel Spendel heute haben wir gar nicht. Doch. 20. 20? 20, scheiße. Na ja, egal, dann wird es eben noch müssen. Ah, ich! Ja, du! Dann mach ihn nur 10 mal sehen. müssen wir hier zwei abbauen ne warte scheiße lieber doch 20x20 so dass sie zu klein jetzt also doch 20x20 jo ok jetzt immerhin erreicht ich hole ein bisschen holz aus dem raum in geleitern das kommt noch ein schwer dazu das ist nur 19 mal 19 bei mir ja dann habe ich mich verheben also 19 platz haben wir nur ein klang